Ahoy, liebe Klemmbaustein-Fans, hier ist euer Käpt'n Baubeer und es ist der zweite Dienstag im neuen Monat. Also eigentlich sind wir schon auf der Hälfte. Die Zielgerade ist in Sicht, bald ist es August. Na gut, feiern wir erstmal den Juli. Es ist wieder eine neue Ausgabe der Klemmbaustein-News. Das heißt, ich berichte euch in diesem kleinen Video ein wenig darüber, was für Neuheiten in den letzten Wochen erschienen sind in der Welt der alternativen, sprich nicht-Lego-Klemmbaustein-Hersteller. Also wir haben in dieser Ausgabe was von Kada, wir haben was von Reobricks, wir haben was von Morg und so weiter und so fort. Wir haben ein paar Modulas, wir haben ein bisschen Kleinkram, wir haben natürlich auch wieder was von Sembo. Es ist ein bunter Mix, es ist nicht so viel, wie ich gerne hätte, aber es ist doch mehr, als ich befürchtet habe. Und wie immer, wenn wir am Start oder Beginn dieses Videos sind, ein kleiner Hinweis. Dieser Kanal lebt davon, dass ihr mitmacht. Diese Videos leben davon, dass ihr mitmacht. Ich freue mich über jeden Kommentar, auf welche Sets freut ihr euch, welche Sets vermisst ihr am Markt, was hättet ihr gerne anders. Vielleicht auch ein bisschen konstruktive Kritik zum Video, dass es ein bisschen anders aufgebaut ist. However, also ich freue mich immer über einen Kommentar. Ich freue mich, wenn ihr diesen Kanal abonniert und ich freue mich, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. So, wenn ihr über dies hinaus noch einen kleinen Klemmbaustein-Online-Händler unterstützen wollt, dann schaut doch mal ganz kurz in meinem Online-Shop vorbei. Das ist die Baubeer-Boutique. Das Besondere an diesem Online-Shop, und das sage ich immer wieder, ist, dass ich hier wirklich nur Sets anbiete, die ich entweder selbst gebaut habe oder wo ich nach ziemlich umfangreicher Recherche herausgefunden habe, dass diese Sets wirklich was taugen. Mit was taugen meine ich bei Technik-Sets zum Beispiel die Funktionen, die angepriesen sind, funktionieren. Der Bau macht Spaß, beziehungsweise der Bau ist ohne große Fallstricke. Und das Modell ist qualitativ gut. Also sprich, die Steine haben eine gute Qualität, die Motoren haben eine gute Qualität. Das gilt für Modulars genauso. Das bedeutet nicht, dass ihr dieses Set genauso sehr feiert, wie ich es tue. Das bedeutet nur, dass ihr kein Geld rausschmeißt für irgendetwas, was nachher nicht funktioniert, wo die Teile eine schlechte Klemmkraft haben und so weiter. Mein Shop ist relativ easy unterteilt. Es gibt einmal hier die Angebote. Das lohnt sich immer mal wieder reinzuschauen. Ich habe alle 14 Tage einen neuen Special-Deal. Das ist dann immer ein Set, was besonders stark reduziert ist im Rahmen meiner Möglichkeiten. Dann ist das Ganze hier nach Marken sortiert. Ihr seht, ich habe Kada, Kobi, Kogo, Mold King, Rehobricks, Super 18K, Lotz, Panlos, Kuihui und Sembo. Da kommt immer noch was dazu. Also ich erweitere mein Portfolio ständig. Allerdings auch eben nicht wahllos um Sets, sondern schon ausgesucht um Sets. Und dann könnt ihr hier nach Themenwelt durchscoren. Und da möchte ich kurz einmal auf die Eisenbahn zu sprechen kommen. Und zwar habe ich das Angebot ein bisschen erweitert. Ich habe jetzt auch die neueren Sets von Mold King im Angebot. Ich wollte ursprünglich von G-Star die Lokomotiven mit reinbringen. Allerdings finde ich meinen Ankaufspreis dann nicht gut genug für die Qualität. Und prinzipiell ist es so, dass man irgendwie bei jeder Lok was umbauen muss, damit die auch wirklich auf einer Schiene läuft, beziehungsweise in einem Kreisverkehr, beziehungsweise in einem Schienenkreis vernünftig läuft. So, soviel zum Thema Werbeblock. Jetzt sind wir hier durch. Kommen wir zum ersten Hersteller. Und das ist Forangi oder Forange oder Forange. Oder Forange oder Foranger. Okay. Die haben so kleine Mini-Modulars. Hier seht es schon, dass die Seite, die ich euch hier zeige, ist die von Brick4.com. Und das scheint irgendwie, also zumindest hat man sich die Mühe gemacht, hier eine Aquarellzeichnung anzufertigen, würde ich schon fast sagen. Das ist wahrscheinlich auch irgendein ganz spezieller Zeichenstil, den ich gerade nicht kenne. Das ist ein kleines Café, das vor allem durch fast transparente Wände, also durch sehr viel Fensterfläche zu überzeugen vermag. Die Figuren erinnern so ein bisschen an Friends-Figuren. Es gibt Leuchtsteine dabei. Und das Ganze hat 589 Teile. Also es ist ein eher kleineres Set. Aber dafür kommen sie trotzdem auf relativ coole Produktmaße. Also 17,6 cm breit, 16 cm tief und 195 cm hoch. Äh, 195 mm, also 19,5 cm. Dann gibt es hier eine kleine Katze und zwei Mini-Figuren. Ob es die Mini-Figuren in Deutschland auch geben wird, weiß ich nicht. Ziemlich interessant, weil Forange oder Forange oder Foranger kennen wir in Deutschland hauptsächlich über die Dino-Figuren, die sie rausbringen. So, kommen wir jetzt zum nächsten Set. Das ist auch von Forange wieder. Das ist hier so ein kleines Gewächshaus, würde ich fast sagen. Auch hier hat man sich die Mühe gemacht, wieder eine Aquarellzeichnung anzufertigen. Ich glaube oder ich vermute, dass es basiert auf irgendeinem Manga oder auf einem Anime, den wir nicht kennen hier in Europa, beziehungsweise den ich nicht kenne. Das Ganze heißt Dream Cottage. Sieht auch sehr süß aus, sehr verspielt. Ich weiß nicht, ob man sich mit diesem schwarzen Grundgerüst so viel, naja, so einen Gefallen getan hat, weil es wirkt dann doch sehr stark. Also von der Farbe her, vom Kontrast her sehr stark. Da hätte ich mir eher so einen Holzbraun gewünscht. So ein Dark Brown oder Reddish Brown, meinetwegen mit Dark Brown Elementen. Das Ganze ist auch wieder eher ein kleineres Set, 579 Teile. Die Verpackung finde ich auch ziemlich cool mit diesem Überzieher hier. Das hat irgendeinen speziellen Namen, der mir gerade auf der Zunge liegt, immer nicht einfällt. Auch hier wieder eine angenehme Größe. Ist halt ganz cool, wenn man eine kleine Klemmhaussteinstadt hat oder eine kleinere Klemmhaussteinstadt hat. Ist aber auch, wenn man eine größere Klemmhaussteinstadt hat, vom Maßstab her ziemlich cool. Ich finde auch diese Bodenplatten hier ganz cool, beziehungsweise keine Bodenplatten, sondern diese Plates ziemlich cool. Sieht ziemlich detailverliebt aus. Die Steinequalität von Forange ist durchaus zu gebrauchen. Also die ist gut. Da macht man mich nicht falsch. Die Dinos sind nicht umsonst so beliebt. So, kommen wir zum Thema Haiangriff. Das ist ein Dinosaurierangriff tatsächlich. Auf ein Boot. Hier gibt es natürlich die OOO Minifiguren. Die wird es natürlich dann so in Deutschland nicht geben, wenn das Set rauskommt. Oder beziehungsweise wenn es ein Importeur importiert. Okay, man kann hier verschiedenste kleine Sachen mitmachen. Das ist halt ein wirklich kleineres Set. Hier gibt es halt so einen schwimmenden Dinosaurier. Keine Ahnung, wie der heißt. Ja, das Boot ist immerhin 25 cm lang und fast 24 cm hoch. Also es ist schon durchaus was von der Größe her. Die Figuren wird es nicht geben. Nette Verpackung. 888 Teile. Ist natürlich so, allein vom Verpackungsaufbau und so weiter. Man muss nicht drüber reden. Das ist natürlich ein Jurassic Park angelehnt von Lego. Das hat man sich da ein bisschen inspirieren lassen, nenne ich das immer. Also, ja. Ihr wisst, was ich meine. Dann gibt es von Pantasy. Einen Hersteller, den ich sehr empfehlen kann. Der benutzt Gobrix-Steine. Der hat eine sehr aufwendige Verpackung. Also bei Pantasy nutzt es sich tatsächlich mal die Originalverpackung mitzunehmen. Weil die sich auch sehr viel Mühe geben mit den Anleitungen. Da sind dann noch Hintergrundinformationen drin. Und Pantasy bringt mal wieder ein Set raus zu einer chinesischen Sitcom. Die kein Mensch kennt. Also ich habe nicht verstanden, worum es geht. Es ist hier auch so ein Diorama. Es sieht aus wie so ein Tempeleingang, würde ich jetzt mal sagen. Alle anderen, viele China-Experten machen gerade den hier. Aber es ist halt wieder mit diesen Minifiguren, die natürlich in Deutschland eher nicht dabei sind. Wobei bei der Einer Baker Street waren sie dabei. Ja, hier wird wieder eine Referenz hergestellt zur Sitcom. Für mich sieht das immer nach einer Sitcom aus. Weil es irgendwie das Acting super übertrieben ist auf den Bildern. Wahrscheinlich ist es das gar nicht. Ich entschuldige mich übrigens für die schlechte Bildqualität. Weil es ist einfach das einzige Foto, was ich habe. Und es ist nicht besonders gut aufgelöst. Gehen wir noch ein bisschen auf die Details ein. Das Set hat... Steht das hier irgendwo? Tja. Steht ein Gewicht oder was? Naja. Das Set ist 25,6 breit. Also so breit wie eine Baseplate. Und dann ist es halt eher so eine Kulisse. Das ist jetzt nichts mit tiefer gehenden Spielwert. Man muss bei Fantasy immer sagen, dass das hier alles Drucke sind. Also Fantasy hat keine Aufklärung. Jetzt kommen wir zu Morg. Das ist so ein bisschen das Gegenteil von Fantasy. Morg ist... Ich weiß nicht, ob es eine Firma, eine Unterfirma von Xingbaru ist. Aber Morg benutzt auf jeden Fall Xingbaru Steine. Ich habe ja von Morg die antike Kirche. Die altige Stadtkirche. Hier gibt es jetzt einmal Ställe. Und dann gibt es hier noch einen Guard Tower. Das ist ein lizenziertes Design von... Keine Ahnung. Das Ganze ist tatsächlich mit Vorsicht zu genießen immer bei Morg, weil Morg halt eben Xingbaru Steine benutzt. Und Xingbaru Steine... Die können funktionieren. Also die sind mittlerweile qualitativ auch deutlich besser als ihr Ruf, sag ich mal. Ich baue ja auch gerade den Leuchtturm des Astronomen und der ist auch aus Xingbaru Steinen konfektioniert. Und bis jetzt habe ich überhaupt keinerlei Beschwerden. Aber man muss auch dazu sagen, es gibt immer mal wieder Steine, die entweder schlecht engratet sind, die irgendwie schmutzig sind oder halt eben wo dann doch die Klemmkraft nicht so ganz stimmt. Man kann aber auch Steine haben, die super funktionieren. Und der Angusspunkt ist ein klein wenig hässlich. Also man hat halt immer hier so eine fette Noppe. Das seht ihr da gerade ganz gut. Deswegen, da muss man halt immer ein bisschen abwägen, ob man das will. Ich finde es cool, dass Morg mit dem Designer zusammenarbeitet. Das ist ja leider auch keine Selbstverständlichkeit. Immer noch nicht. Genau. Das Ganze hat Spielfunktionen. Was ich auch schon mal cool finde, weil das ist für mich auch eher von der Ästhetik her ein Spielset angelehnt. Auch wenn es vom Umfang her wahrscheinlich weit darüber hinaus geht. Also das werden wahrscheinlich mehrere tausend Teile sein. Sieht auf jeden Fall ziemlich farbenfroh aus, aber nicht zu farbenfroh. Ich finde, das ist ein cooler Mix. Also so ein bisschen Dirty Mittelalter kommt auch noch mit rein, sag ich mal. Also man kann hier auf jeden Fall diesen Korb hoch und runterziehen oder die Kiste hoch und runterziehen. Dann, ja, ich füge hier nochmal auf die Details an. Man sieht, das ist hier alles so ein bisschen wild bewuchert. Mit diesen süßen kleinen Pflanzenteilen, aber auch hier mit den größeren Pflanzenteilen. Dann scheint es ein bisschen Flat Silver zu geben. Dann gibt es zwei Pferde dazu mit einem Karren noch da dran. Ich finde allgemein, das ist vom Aufbau her ziemlich stylisch, ziemlich schön. Dann kann man hier das Ganze aufklappen und im Innenraum hat man halt noch eine Waffenkammer. Das ist auch ganz nett gemacht. Also ich finde allgemein, wenn man so Modelle aufklappen kann und man dann noch eine neue Spielebene hat, das hat immer was für sich. Und das Ganze ist modular aufgebaut, was auch cool ist, weil das den Spielwert natürlich erhöht und man, ja, schlicht und ergreifend, dann die Sets auch so ein bisschen umarrangieren kann. Beziehungsweise das allgemein dazu anregt, mehr mit den Sets zu machen. Und das ist ja wichtig, denn solche Sets sind teuer. Also so ein Set wird sicherlich auch seine 150 Euro kosten, wenn man das dann bei einem deutschen Händler, also bei mir zum Beispiel, kaufen würde. Und da will man natürlich viel Spaß mit haben, beziehungsweise das Kind soll auch viel Spaß mit haben, weil für mich ist das auch eher ein Spielset. Man sieht auch hier, das ist nicht klein, also es ist 46 Zentimeter in der Breite im Endeffekt, dann ist es 30 Zentimeter tiefer, also es hat auch eine schöne Spieltiefe und 34 Zentimeter hoch. Ja, hier wird nochmal ein bisschen genau, ja, so. Ich weiß jetzt leider nichts zu der Teileranzahl, das steht hier nicht so richtig drin, aber es werden ein paar Seiten, ne? So, dann gibt es hier auch noch die Taverne, die vom Stil her, also es ist wieder vom selben Designer, die wird vom Stil her natürlich ziemlich gut auch zum vorherigen Set passen, ja? Also Morg kreiert quasi eine Mittelalterwelt, das hat ja Reobricks auch schon gemacht. Gibt es auch bei mir im Shop die Reobricks-Sets, die finde ich tatsächlich gesehen ein bisschen farbenfroher und ein bisschen schöner. Gerade die Taverne hier finde ich jetzt von außen her eher so ein bisschen langweilig. Klar, es gibt hier ein paar Stühle davor und es gibt hier einen Karren mit einem Pferd da dran und es gibt hier so ein bisschen Bepflanzung, aber im Endeffekt ist mir zu wenig Grün drin, ne? Das passt irgendwie nicht so. Im Mittelalter war das nicht so, dass man hier die ganzen Fassaden freigehalten hat von Unkraut oder so. Da hatte man gar nicht die Zeit zu, da haben wir eigentlich damit beschäftigt zu überleben. Punkt. Die Gold-Elemente finde ich ganz cool, diese Fenster kennen wir schon, die sind halt, das sind so Standard-Fenster, ne? Die sind in jedem Lego-Set, in jedem Modularhaus, was irgendwie ein bisschen ins Mittelalter abstreift. Auch wieder hier lizenziert, habe ich schon gesagt. Dann hier gibt es natürlich im Innenraum so eine Schenkel mit so einem Weinfass oder Bierfass, je nachdem. Natürlich darf der ultimative oder darf der Gänsebraten nicht fehlen oder was auch immer das sein soll. Ein paar Teller, ein paar Tassen und so weiter. Es ist natürlich klar, dass das Ganze irgendwie auch ein bisschen Innenleben braucht. Dann oben wird wahrscheinlich geschlafen, genau. Oben kann man dann, wenn man auf Durchreise ist, sich ein Zimmer mieten und kann dann da zur Ruhe kommen. Das ist auch ziemlich cool, dass es halt auch wieder verschiedene Spielebenen gibt. Auch hier ist natürlich modular aufgebaut, wie man das für ein Modulargebäude erwartet. Ja, genau. Das Ganze ist 29 cm breit, also schon auch wieder stämmig. 27 cm tief und dann fast 30 cm hoch. Also wenn man jetzt eine Taverne haben möchte, die eher nach Stadt steht, also ich könnte mir die vorstellen, dass die eher in der mittelalterlichen Stadt gestanden hat und eher auf dem Dorf. Dann ist das sicherlich auch kein verkehrtes Set. Ja, macht auf jeden Fall was her. Dann sind wir bei Reobricks. Reobricks hat jetzt nochmal Modelle, Fahrzeugmodelle im Creator-Expert-Bereich angesiedelt. Hier in dem Fall ist das Ferrari, auch wenn natürlich Reobricks keine Lizenz hat, aber das Rot und dieses dreist abgekupferte Logo signalisiert das schon so ein bisschen. Das sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ich finde tatsächlich die Scheibe hier vorne ganz interessant. Die sieht so ein bisschen aus wie von so einem Staubsauger. Ja, ansonsten muss man halt gucken, ob man das Originalmodell, die reale Vorlage da drin wiedererkennt und ob man sich das vorstellen kann, dafür Geld auszugeben. Ich sage jetzt mal so, ich finde es prinzipiell sieht es gut aus. Das ist natürlich immer schwierig, mit eckigen Steinrundeformen hinzukriegen. Das ist aber das altbekannte Thema. Das soll wahrscheinlich ein Daytona sein. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Hat 1.168 Teile, ist die Nummer 11.026. Wird wahrscheinlich dann so bei 50, 60 Euro liegen. Ist halt so ein klassisches Mid-Price-Segment-Set. Wobei mittlerweile, wenn man sich Lego anguckt, der Mid-Price ja eher so bei 100 Euro anfängt und nicht mehr so bei 50, 60. Aber das sind halt Sets, die finde ich, die sind halt cool auch als Geschenk für Sportwagen-Fans, die vielleicht früher mal mit Klemmbaustein oder mit Lego gebaut haben, um sie mal wieder ans Hobby ranzuführen oder um den einfach, keine Ahnung, der Juli ist bis jetzt ziemlich verregnet hier bei uns im Norden. Um den einfach mal irgendwie zu sagen, hier am Wochenende, falls du mal wieder zu Hause hängst und nicht weiß, was du tun sollst. Macht aber auch was Kreatives. Bau 1-Set aus Klemmbaustein. Ja, es soll ein Daytona sein, man kann das Dach abnehmen, das finde ich ganz cool, ob diese, naja, Jumperplate da so toll ist in der Mitte, irgendwo muss dran halten. Ja gut, man kann, ja okay, es ist gut, dass die Flügeltüren umgesetzt haben. Ich finde auch die Felgen ganz süß. Das passt schon, ne, also Kann man nicht viel mit falsch machen, würde ich mal sagen. Es geht hier weiter, dann gibt es das Ganze noch in einem kleineren Maßstab. Das ist dann so die Speed Champions Größe, um mal bei Mold King zu bleiben, in dieser 1 zu 24er Reihe von Mold King mit der Vitrine. Genau, auch hier muss man natürlich sagen, dass wahrscheinlich alles aufkleber sein wird und man muss halt jetzt hier entscheiden, ob man, ja, das in der Größe mit dem Detail gerade, ob man da noch klarkommt, ne, dass man das noch erkennt, was das Original sein soll. Immerhin haben sie die Flügeltüren umgesetzt und ja, man erkennt schon noch, dass das ein Daytona ist, finde ich, gerade, auch wenn das hier natürlich mit diesen Gullideckeln relativ cheesy angedeutet ist, aber was willst du in dem Maßstab machen, ne? Ich meine, das Set hat 306 Teile, ist halt typischer Speed Champions Maßstab, ne, ist wahrscheinlich 8 Noppen breit, 8 cm in der Breite, also, das ist schon, da ist man halt limitiert, ne, was man da mit Klemmerstein im Detail noch herstellen kann. Da müsste man schon in die Diamondblock-Geschichte gehen, um dann noch filigraner arbeiten zu können. Und das will man ja eher nicht so. Die Boxgröße finde ich krass. Also 30 cm mal 5,5 mal 22,5 für ein Set mit 306 Teilen, da ist die Box halb voll, würde ich mal so sagen. Weiter geht's. Hier sind wir im Dinosaurierland angekommen. Ich weiß nicht, von welchem Hersteller das sein soll, ich fand aber die Modelle sehr schön, gerade hier mit den Technikelementen in Pearlgold. Oder es könnte auch Chromgold sein, also dass es mit der Dose lackiert ist, weil, wie Panoras Box schon festgestellt hat, man das wohl kaum heute noch mit einem Verchromungsverfahren macht. Auch hier sind Chromparts zu erkennen, fand ich halt ziemlich cool. Natürlich hat die Farbe mit einem wirklichen Dinosaurier nichts mehr zu tun, aber ich meine, es ist halt alles Fantasie, ne? Finde ich vollkommen in Ordnung. Gibt ein hydraulisches System? Okay, ja, das wird kein richtiges hydraulisches System sein. Aber ich finde es halt cool gemacht. Es soll ja auch kein realer Dinosaurier sein, sondern es soll ein Technodinosaurier sein, also sprich ein Dinosaurier, der eine Maschine ist. So. Finde ich alles ziemlich cool umgesetzt. Gibt noch ein Display-Stand. Das Ding hier unten wird es wahrscheinlich nicht dazu geben. Hat auch eine gescheite Größe. Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, und da gibt es es halt einmal in verschiedenen Farben. Cool. Wenn ich jetzt den Hersteller noch wüsste, könnte ich euch das auch sagen, aber der Hersteller ist mir leider unbekannt. Dann kommen wir zu Decay. Decay hat nochmal ein paar Blümchen im Angebot. Und hier so ein Orchideen-Ensemble in pink. Blümchen, finde ich ja, gehen immer. Kann man also immer schön als Geschenk mitbringen. Auch für Leute, die jetzt wenig mit Klemmhaussteinen zu tun haben. Es ist ja ein schönes Potpourri. Gleich mit Vase. Die Steinequalität von Decay ist, soweit ich weiß, ziemlich gut. Das Ganze wird sich wahrscheinlich relativ gut bauen lassen. Es sind halt auch überschaubare Sets. Ne 600 bis, ja doch, 600 Teile. Also 600 bis 700 Teile in der Range bewegt sich das. Muss man halt gucken, welche Blumen man mag. Ob man mit der Umsetzung zufrieden ist. Und dann kann man das eigentlich sich ganz gut ins Gästezimmer stellen, zum Beispiel. Dann geht es weiter mit diesen wunderschönen kleinen verspielten Häuserchen. Toon City Fruit House Blog-Modul ist auch ein autorisiertes Design. Wird auch von Morg sein. Gehe ich mal stark von aus. Ja, es gibt einen Lightbrick da drin, den man dann anteasern kann. Und dann wird quasi die Schrift hier oben erleuchtet von unten. Ob das jetzt wirklich so gut funktioniert, wage ich mal zu bezweifeln. Hier gibt es einen kleinen Lift für einen Korb. Das Ganze soll wohl ein Obst- und Gemüseladen sein. Beziehungsweise in dem Fall ist es nur ein Obstladen. Sieht auf jeden Fall sehr süß aus. Auch diese Kachelung hier oben mit den Plates. Und dann hier halt mit diesen Wedge Plates oder Round Plates. Wird ziemlich cool sein, tatsächlich. Ist ein süßes kleines Set. Ist auch modular aufgebaut. Wird natürlich leider... Das hier wird natürlich alles mit Stickern umgesetzt werden. Man kann das... Wohl auch irgendwelche Funktionen wird es da wohl auch noch geben, die jetzt nicht so richtig ersichtlich sind, welche das sein sollen. Ist von der Größe her auch schon nicht schlecht, tatsächlich. Stehen schon wieder keine Titelzahl bei, ne? Naja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Ist ein schönes Set. Davon gibt es auch noch ein kleines Bruderset. Das können im Blumenladen sein. Das finde ich zum Beispiel noch geiler, weil das noch verspielter ist. Und gerade hier dieser Eingang mit dieser Glaskuppel, mit dem Glasbogen. Das finde ich schon ziemlich cool. Ist natürlich ein sehr einzigartiger Stil. Da muss man irgendwie Platz in seiner Stadt für haben. Oder muss halt sich so ein kleines Fairytale-District aufbauen, ne? Also so ein kleines Märchen. Ein kleines Märchenviertel muss man sich dann da so ein bisschen aufbauen. Ja, es ist ziemlich cool. Man kann, ah, die Blumen kann man oben drehen. Ah, das wird hier über diesen Knopf an der Seite gemacht. Ja, super. Ist auch wieder ein lizenziertes Modell. Ist auch wieder modular. Ist vermorg. Das heißt, die Teilequalität ist so, hm. Aber ist okay. Man kann es bauen. Gottes Willen. Entschuldigung. 30 Zentimeter breit ist halt auch eine Ansage. 19,5 tief, 25 hoch. Krieg mal was für sein Geld, würde ich sagen. Ja, sehr schön. So, weiter geht es mit Sembo. Ja? Es wäre doch nichts so schön. Es wäre doch keine Klemmbaustein-News-Folge oder Technik-News-Folge vollständig, ohne dass wir nicht einmal bei unserem Lieblingshersteller mit dem 30. Logo der Welt vorbeischauen würden. Sembo hat natürlich auch Dinosaurier im Angebot, weil wenn etwas gut läuft am Markt, dann, und das ist ja die Regel des Marktes einfach, dann kommt jeder Hersteller mit einem Set in diesem Genre durch. Meistens setzt da Lego den Trend. Das haben sie ja beim Dinosaurier-Thema natürlich auch mit Jurassic Park. Allerdings haben die alternativen Hersteller da doch relativ gut hingekriegt, sich da eigene Gedanken zu machen und dann nicht einfach stumpf abzukupfern. Hier sehen wir diesen wunderschönen Brachosaurus, nenne ich den jetzt einfach mal. Das würde natürlich nicht stimmen, aber ich kenne halt nicht so viele Dinosaurier. Den kann man optional noch motorisieren. Dann bewegt sich der Schwanz und die Beine. Das Set hat 152 Teile, ist über einen halben Meter lang. 18 hoch und 16 tief. Oder 17 kann man schon fast sagen. Mehr Infos habe ich nicht. Also das ist quasi die Infolage, die ich habe. Die Box sieht relativ aufwendig aus. Das kann Sembo aber auch. Die Sembo-Teile-Qualität ist immer so ein Glücksspiel. Also Sembo benutzt auch Rubrics, aber nicht ausschließlich Rubrics. Ich bezweifle auch, dass das hier Drucke sein werden. Ich glaube, das werden eher Print sein. Äh, werden eher Aufkleber sein. Ja, ich bezweifle, dass das hier Drucke werden, das werden eher Print sein. Ja, äh, finde ich cool. Kann Sembo natürlich noch toppen. Denn Sembo, äh, ist ein wirklich Großvolumenhersteller, würde ich schon fast sagen. Die feuern ja Sets auf dem Markt. Da können André ja schon nur von träumen. Jetzt haben sie hier noch so kleine Dinosaurier rausgebracht, die so zwischen 250 und 300 Teile stark sind. Die alle auch noch so eine kleine Spielwelt mit sich bringen. Äh, mit Minifiguren, die wir in Deutschland niemals sehen werden. Das heißt, diese Sets werden in Deutschland wahrscheinlich auch niemals rauskommen. Ich finde das ziemlich schade. Aber das muss jeder für sich wissen. Also ich habe mittlerweile, vertrete ich die Meinung, dass da man sich irgendwie mal einigen müsste mit Lego. Oder dass Lego da auch irgendwann mal sagen müsste, okay, wir haben jetzt lange genug Geld mit dieser Minifigur verdient. Naja, aber ich meine, das ist halt die Regel des Marktes, ne? Wenn ein Hersteller ein Unique Selling Point hat, dann wird er den so lange nicht aufgeben, solange er das nicht muss. Ich kann Lego da auch verstehen, weil Lego betreibt natürlich auch einen gewissen Aufwand dafür, dass die Lego-Figuren, beziehungsweise die Minifiguren so gut sind, wie sie sind. Also die sind ja mittlerweile deutlich umfangreicher bedruckt, deutlich detaillierter. Aber, naja, ihr kennt das Spiel. Ich finde die Idee cool, ist mir ein bisschen zu kriegslastig statt tatsächlich, aber, ja Gott. Muss jeder für sich selbst wissen. So. Sag es hier nochmal größer. Da hat es so ein bisschen was von Indiana Jones auch hier oben, der Kollege. Mhm. Und hier halt so ein Stux-Shooter, würde ich mal sagen. Also so abfeuerbare Shooter. Ja, geht schon klar. Schon in Ordnung. Dann geht es hier weiter, ne, weil Sembo, wenn sie ein Thema machen, machen sie es richtig. Also, nicht richtig, sondern die hauen dann einfach viele Sets dazu raus. Hier haben wir einen T-Rex, würde ich mal sagen. Ähm, ja. Kann man den motorisieren? Sieht nicht so aus. Mouth can be open and closed. Multi-angle display. While the tail swings left and right, the hand can swing up and down. Aha, wenn der Schwanz links und rechts wackelt, können die Hände hoch und runter wackeln. Man kann die Füße bewegen und man kann natürlich die Hände bewegen. Und das Ganze gibt es noch mit so einem Product-Display dazu. Finde ich ziemlich cool. 2.371 Teile, ist eine Ansage. Das Ding ist 77 cm groß. Das ist schon kein, also ein klassisches Spielset, sieht für mich anders aus. Das Coole ist, ist, dass der Karton, alter Schwede, der ist 67 cm, das ist ein Riesenkarton. Also es ist wirklich ein Riesenkarton. Da musst du erstmal einen Versandkarton für finden, wo du den reinkriegst. Crazy. Na gut, weiter geht's im Stack. Dann hat Sembo hier noch eine kleine Reihe von Baufahrzeugen für die Klemmersteinstadt rausgebracht. Beziehungsweise, ja doch, für die Klemmersteinstadt. Hier natürlich unfassbar aufkleberlastig. Also, holy Moses, das werden alles Aufkleber sein. Da wird ja nichts geprintet bei Sembo. Das heißt, alle Details, die sie einen so ein bisschen erkennen lassen, dass das hier ein Kran, ein Kran, genau, ein Bagger ist, die sind Aufkleber mehr oder weniger. Das Set hat 236 Teile, ist also wirklich maßstabsgetreu, ganz gut für die Klemmersteinstadt geeignet. Das ist kein Technikset, das sollte klar sein. Ich finde es ziemlich cool, dass sie halt von den Farben her immer mehr so in so eine poppigere Welt gehen, ne? Dieses Lime zusammen mit dem Light Blue and Dark Blue Gray finde ich ein ziemlich coole Kombo. Davon, also die Zoom Lion Serie würde ich sagen, weil davon gibt es jetzt noch mehr. Also, da gibt es noch einen Bulldozer mit 280 Teilen. Dann gibt es hier noch einen Autokran mit 228 Teilen. Dann gibt es hier noch einen Betonmischer. Auch hier wieder sehr stickerlastig alles. Also, das sieht mir nicht nach Trins aus. Kann natürlich sein, dass ich mich irre. Ich lasse mich da gerne als Bestes mit lernen. Mit 222 Teilen. Das wird natürlich auch nicht in Flat Silver sein oder so. Das wird wahrscheinlich ein Dark Blue Gray Teil sein. Das ist einfach hier nur nochmal rein gephotoshoppt. Und dann haben wir hier so ganz geile Kühlschrankmagneten. Also, wenn die irgendwann nach Deutschland kommen, dann werde ich die auf jeden Fall in meinem Shop haben. Weil die Idee finde ich cool. Die Idee ist super. Tolles Produkt an und für sich, sage ich jetzt schon mal, teilemäßig natürlich eher zu vernachlässigen. Aber was man dafür kriegt, ist ziemlich cool. Allein den Burger und das Eis. Das reiht mir schon an. Das an meinem Kühlschrank. Jedes Mal, wenn ich vorbeigehe, werde ich ein Lächeln im Gesicht haben. Und das Ganze hat Sembo hier auch nochmal mit kleinen süßen Tiergesichtern umgesetzt. Das sind hier hauptsächlich erstmal Katzen. Ja, nur Katzen. Finde ich auch ziemlich cool. Auch hier natürlich Teileanzahl wie zwei nachlässigen. Wird ein 5-Euro-Set. Kann ich jetzt schon. 4,99. So ein Mitnahmeding, ne. Wenn man irgendwie was bei mir im Shop bestellt, für 80 Euro. Und man muss noch bis 100 Euro Versand irgendwie vollkriegen, damit man keinen Versand zahlt. Dann bestellt man lieber vier solcher Sets, anstatt 6,99 Euro. Ich finde mal dann zu bezahlen. Das ist einfach so. Dann kommen wir zu Kada. Und ich sag's echt wirklich ungern. Aber, ähm, das finde ich ja mal super abgefahren. Also was heißt, ich sag's ungern. Ich find's halt cool. Das ist ein T-Rex-Zug mit Minifiguren, die so in Deutschland nicht kommen werden. Das ist ein Spielset von Kada. Aber, also Kada ist ja eher für Technik und für Modulars inzwischen bekannt. Jetzt kommt so ein kleines Eisenbahn-Spielset. Aus der Dinosaurier-Reihe. Dinosaurier sind grad das Trending-Topic bei denen. Muss ja also sein. Die 10, 9, 0, 9, 50, 0, 0, 3. Meine Güte, ein Tyrannosaurus Rex soll das sein. Es ist ein All-in-One-Power-Paket verbaut. Das wahrscheinlich über eine Fernbedienung angesteuert werden kann. Oder, nee, mit Klatschen. Aha. Okay, das wird mit Klatschen bedient. Und mit Gesten. Ah, okay, verstehe. Ah, hier ist ein Infrarotsensor. Wenn man die Hand aufhört, dann stoppt das Ding. Wenn man klatscht, fährt das Ding los. Okay, das ist mit so einem Vollkreis versehen. Und die Hände bewegen sich. Der Schwanz und das Maul, wenn das Ding fährt wahrscheinlich. Und da ist die Power-Unit drin. Dann gibt es hier noch zwei Minifiguren dazu, die es in Deutschland so nicht geben würde. Hier gibt es so einen kleinen Serviervorschlag noch. Mit diesen Parkbögen. Das ist ein Set, das hätte Lego auch so mit der Jurassic Parklizenz rausbringen können. Wie geil, oder? Ich feiere das hart. Das ist so eine Mischung aus cool und abgefahren. Super tolles Set. Love it. Allein auf die Idee muss man erst mal kommen. Dann gibt es von Kada, wo wir schon mal dabei sind, noch einen London-Bus. Einen ganz klassischen. Das werden hier leider alle Stickern sein. Kada printet leider nicht. Oder druckt leider nicht. Mal im deutschen Sprachgefilm zu bleiben. Finde ich auch ziemlich cool. Ziemlich verspielt von den Details her. Viele, viele Details zu entdecken auf jeden Fall. Wenn hier nur ein bisschen was von Print wäre, wäre das natürlich ziemlich cool. Hyde Park Corner steht hinten drauf. Man kann das hier oben aufklappen. Finde ich cool. Einfach ein nettes Modell. Man kann das Dach da oben abnehmen, um das Ganze zu einer Panorama-Terrasse umzufunktionieren. Natürlich ist der Innenraum unten auch gestaltet. Hier gibt es die obligatorische Treppe nach oben. Wirkt einfach ziemlich geil und ziemlich stimmig. Hier gibt es noch eine kleine Bar drin. Die Sitzgruppe ist auch mit Liebe zum Detail gemacht. Hier ist ein kleines Menü. Das Fahrerhaus ist ausgestaltet. Das kann Kada, sowas kann Kada. Das können die wirklich gut. Hier ist noch ein Turntable aufgesetzt. Also ein DJ-Set. Dann hier oben ist die Party-Lounge. Ja, finde ich cool. Auf jeden Fall ist das Ganze auch nochmal beleuchtet. Und ja, super. Super. Toll. Ein Wiberschwanz gibt es noch dazu. 1170 Teile. Also auch ein großes Set. Ich bin gespannt, wann ich das anbieten kann. Ich bin auf jeden Fall heiß die Fritten fett. So. Kommen wir zu Vangie. Vangie hat Dr. Luck gekauft. Was auch immer Dr. Luck ist. Es ist hier so ein Baumhaus. Und ich finde es super. Ich finde, also, da kannst du dich ja, das ist wie der Leuchtturm des Astronomen. Da kannst du dich wirklich stundenlang dran satt sehen. Also das wird ja nie langweilig. Das ist irgendeine Lizenz, die ich nicht kenne. Ich informiere mich ja auch vorher nicht bei den Sets. Deswegen, ihr wisst ja, wie es ist. Und das ist ja super cool. Tipi-topi. Sieht richtig gut aus. Sehr gut. Toll. Vangie hat eine gute Steinequalität. Kann man alles super bauen. Sieht gut aus. Ja, toll. Dann sind wir bei Kui-Zi-Le. Ist auch von der Steinequalität her so solides Mittelfeld. Ich habe ein paar Sachen. Ich habe den Astronauten zum Beispiel von Kui-Zi-Le gebaut. Das hält schon alles irgendwie, solange es nicht sehr technikkomponentenlastig ist. Weil die Achsen und so, wie da aber Klemmkraft gibt. Das ist die 92-012. Das ist hier auch so ein Blumen-Bouquet in so einer, ich würde schon fast sagen Gin-Flasche. White Flower, Yellow Flower, Blue Flower, Pink Flower. Das reicht mir auch vollkommen aus als Beschreibung der Blumen. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blumen dabei. Plus dieser Trans-Clear, diese Trans-Clear-Vase, die wirklich an eine Gin-Flasche erinnert. Der Karton sieht hochwertig aus. Keine Ahnung. Ich würde es jetzt nicht unbedingt in meinen Shop schmeißen, weil ich von der Steinequalität nicht so 100% überzeugt bin. Aber rein vom Aussehen her sieht es gut aus. Und das Ganze gibt es dann hier auch nochmal in einer anderen Version. Die 92-011, also ungefähr dieser Serie. Okay, hier sind so Minifiguren drin, die werden wahrscheinlich eher rausfliegen müssen. Dann gibt es hier so Pearl-Gold-Elemente. Finde ich ziemlich cool. Also es ist halt so ein bisschen der minimalistische Stil einer Blumenbase. Auch hier muss man ganz klar sagen, nichts würde ich jetzt nicht in meinem Shop sehen, aufgrund der schwankenden Teilequalität. Aber rein vom Aussehen her, auch von den Produktfotos und so, sieht das alles sehr durchdacht und gut aus. Dann gibt es hier noch, und ich entschuldige mich jetzt schon mal für die miserable Qualität des Bildes, ein Roller von Quisile. Auch hier sieht es sehr süß aus. Es gibt eine ganze Serie davon. Hat halt die üblichen Funktionen, die so ein Roller haben muss. Finde ich auch cool, kann man auch machen. Hier finde ich das Modell noch ein bisschen schicker, weil das durch dieses Dark Green halt nochmal so einen wertigeren Touch bekommt. Ja, auch hier, ne, ist halt eine Vespa angelegt, müssen wir jetzt nicht lange um heißen Brei drumherum reden. Ich finde es cool. Es ist ein Django LCT-150, was auch immer das sein soll. Wahrscheinlich eine chinesische Rollermarke, die wir nicht kennen. Weil wir relativ wenig über China wissen. So, das ist die 85007, oder ich, wenig über China weiß. Sieht auch ziemlich lustig aus. Das ist so ein typisches 30 Euro Set. Mehr ist das auch nicht wert, tatsächlich. Das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit der Klemmerstein News. Wie immer freue ich mich über Feedback. Ich freue mich über einen Daumen nach oben. Ich freue mich darüber, wenn ihr mir schreibt, auf welche Sets ihr euch freut, oder was euch gefehlt hat, wie ihr allgemein die Auswahl gerade findet. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und bis dahin, bleibt gesund, genießt die Sommerzeit, wenn sie wiederkommt, mit ein bisschen mehr Sonne und so. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Käpt'n Bauberg.